Millionen Rentner atmen auf. Energiegeld am 28.10.2022 durch den Bundesrat endgültig beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nachdem der Bundestag das Gesetz zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs am 20.10.2022 mit der Mehrheit seiner Stimmen beschlossen hat, kann es nun bald losgehen mit der Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner. Denn der Bundesrat als Länderkammer hat nach dem Bundestag am 28.10.2022 die Energiepreispauschale für Rentner endgültig beschlossen. Die Sache ist jetzt sozusagen gesetzgeberisch de facto fix. Bis zum 15.12.2022 soll der größte Teil aller gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner die 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt bekommen. Seit dem 28.10.2022 ist das sozusagen fix und beschlossene Sache. Der Bundesrat kritisiert aber immer noch Lücken im sogenannten Rent-EPBG. Das ist die Abkürzung für das von mir eingangs erwähnte Gesetz für die 300 Euro Energiepreispauschale. Die 300 Euro Energiepreispauschale werden nach dem Inhalt des Gesetzes, so die Kritik des Bundesrates an die Bundesregierung zum Beispiel, für Ruhegeldempfänger aus berufsständischen Versorgungswerken, das sind Ärzte, Anwälte, Architekten, Zahnärzte und so weiter, oder vor Ruhestandsgeldempfänger nicht gezahlt. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zu prüfen, wie diese bislang ausgeschlossenen Personengruppen noch in dieses Gesetz mit einbezogen werden können. Das Gesetzgebungsverfahren findet sozusagen sein Ende. Die Unterschrift des Bundespräsidenten ist sicher aus meiner Sicht wirklich nur noch eine reine Formalie. Millionen Rentner können aufatmen, das Gesetz ist fix, die Zahlungen der 300 Euro kann kommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine Reine Format von Rentenberaterin und Rentenberaterin. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine reine Format von Rentenberaterin. Vielen Dank. Vielen Dank.